Gute Nacht. Das Turnier, das sich Europameisterschaft nennt, hat den ersten Finalisten. Die Spanier sind im Endspiel, haben auch ihr sechstes Turnierspiel gewonnen und kriegen jetzt ein siebtes. In dem ist alles möglich. Unter anderem haben sie heute möglich gemacht, macht zwei Tore gegen die bis dato beste Defensiv-Mannschaft des Turniers und ein Team, das offensiv enttäuscht hat? Dinge, die wir klären mit dem Wunderkind, der aber auch schon rund zehn Jahre älter ist, das Laminia mal, Benni Grund, grüß dich. Einen wunderschönen guten Abend. Ich glaube, so schön wurde ich noch nie angekündigt, Uli. Shoutout, das war sehr krass. Erstmal danke an Buzi McDonald und Fazi-O-Primabus. Dankeschön. Ich habe nicht mit so schwachen Franzosen gerechnet heute, aber ich freue mich krass, mit euch darüber zu sprechen, weil es gibt ja einige Themen. Die Frage, die immer rausgeht an den Mann, dessen Herz katalanisch ist. Ich weiß gar nicht, ob das auch so die Fußballphilosophie ist, die er bevorzugen würde, Flo. Ja, schon. Ist das denn alles verdient, was wir gesehen haben, jetzt 90 Minuten lang? Ja, guter Punkt, 90 Minuten lang, da ich nur 45 Minuten davon gesehen habe. Aber ich gehe mit, dass die Spanier verdient reingehen, ohne die ersten 45 Minuten gesehen zu haben, außer ihr belehrt mich jetzt nach eines Besseren. Aber da muss schon dann viel geschehen sein, um ein französisches Finale auch nur irgendwie zu legitimieren. Aber immerhin haben sie heute mal ein Tor aus dem Spiel heraus geschossen. So viel habe ich gesehen. Das ist auch die Ironie an der ganzen Sache. Wenn es anfängt, dann geht es auch gleich wieder vorbei. Könnte ja auch die Überschrift sein für Guillaume Barpees Turnier. Das stimmt. Julian, übrigens danke für dein Abo. Im neunten Monat, absolute Legende seit Day One Member. Danke für deinen Support und deine Liebe. Alter, hast du es geschafft. Im zehnten Monat passiert es. Im zehnten Monat passiert es richtig. Also ich habe ja Mbappé einmal live gesehen. Hat er so ein bisschen den Schutz bekommen wegen seiner Maske. Aber ich finde trotz alledem echt ein enttäuschendes Turnier. Also von ihm muss ich ganz ehrlich sagen. Auch heute wieder. Klar, bereitet er das Tor vor. Aber irgendwie war das gar nichts bei dem Turnier, ehrlicherweise. Eigentlich die ganze Saison. Wenn wir es mal auf den Punkt bringen. Das war die enttäuschendste, glaube ich, in der Karriere, die bis dato ja immer noch ziemlich heiß hat. Und das Traurige ist, man sieht dann ja auch momenteweise, was drin ist in dem ganzen Körper. Ich glaube nur, und es gab ganz wenige. Ich kann mich eigentlich an gar keinen Spieler erinnern, der es gepackt hat, aus so einer Phase, wo er sich selber gedacht hat, ach passt schon. Nochmal wieder zu kommen und dann volle Intensität zu bringen. Das ist das, glaube ich, was er braucht, um Weltklasse zu sein. Denn das ist ja auch kein so großes Geheimnis. Der ist begabt wie kaum einer auf der Welt. Wahrscheinlich ist er der krasseste Spieler, was so das Gesamtpaket betrifft, was die Athletik vor allen Dingen betrifft. Und es nutzt aber nichts, wenn er es einfach nicht mit Leben füllt und wenn er nicht gegen den Ball vor allen Dingen arbeitet. Das ist, glaube ich, so der Punkt. Und wenn die Psyche halt eben mit reinkommt. Wir hatten es ja letztes Mal schon, als wir über Frankreich gesprochen haben. Er war dadurch einfach behindert. Und zwar so, dass halt der Kopf ihm sagt, ich bin nicht bei 100 Prozent, ich kann mich nicht komplett fokussieren. Wenn ihr was, was gibt jetzt zu grinsen? Nee, alles gut. Ich habe es nur gerade falsch verstanden. Bei Kilian. Ihr wisst, was ich meine. Eine Behinderung durch eine Maske eben. Und ich kann da eigentlich auch nur aus eigener Erfahrung sprechen. Ich komme ja aus einer Vollkontakt-Sportart. Wenn man da irgendwas hatte, wenn man einen Cut hatte beispielsweise und hat dann einen Turban rumbekommen und musste dann halt trotzdem abliefern auf der Matte. Es beschäftigt dich. Und wenn es nur eine kleine Bandage am Knie beim Fußball ist, selbst das kann dich schon beschäftigen. Der eine steckt es besser weg, der andere schwächer. Und ich glaube halt, allein die Tatsache, seid ihr schon mal so durchs Leben gelaufen? Schon auch ein bisschen irritierend. Und ich glaube, so eine Maske, allein als ich diese Brille vor zwei Jahren bekommen habe, dass mich dieser Rahmen hier geschickt hat am Anfang, bis ich endlich mal wieder den normalen Blick sozusagen hatte. Und ich glaube schon, und das glaube ich ihm auch, dass er da beeinträchtigt war. Nur irgendwann hat es dann halt eine gewisse Dynamik entwickelt, dass er sich halt auch darauf dann quasi so ein bisschen eingeschossen hat. Und ich glaube aber, also das, was ich jetzt gesehen habe, war das heutige Spiel dennoch besser als alles, was er bisher gespielt hat. Wenn gleich dieser Abschluss in der zweiten Halbzeit halt normalerweise ein, ja, ein safest Ding für ihn ist. Dennoch glaube ich, also, ja, war es die Enttäuschung, wenn man mal mit von der Mannschaft, sondern von, oder von der Nation, sondern von dem Spieler ausgehen, muss man schon ganz klar hier in den Bopé als eigentlich die Enttäuschung, gemessen an der Erwartungshaltung, dann eben auch, ja, damit gehen. Ich finde, du musst auch heute darüber sprechen, dass das eigentlich ein Spiel war wie für einen Mbappé geschaffen, weil Spanien und Uli, wir beide haben ja während des Spiels schon so ein bisschen in uns her getextet, Spanien hat schon sauviel angeboten, ehrlicherweise. Vor allen Dingen, wenn Frankreich es in der ersten Halbzeit ein paar Mal geschafft hat, in eine Verlagerung reinzukommen, war Mbappé immer im 1 gegen 1-2-L und entweder ist der Ball nicht angekommen oder, und das finde ich bei ihm so ein bisschen nervig, ich finde den ganz schönen Tempo verschleppend aktuell, also sehr lange abwarten und dann, wenn die Abwehr wieder gestaffelt ist, in ein 1 gegen 3 zu gehen. Und das ist mir das ganze Turnier schon aufgefallen, Maske hin oder her, das war nix. Ja, zumal, du musst dir überlegen, ne, also die spanische Grundformation ist ja durch einige Sperren ein bisschen durcheinandergewürfelt worden und diese rechte Seite, die ja auch nochmal so eine ganz eigene Geschichte erzählt mit Navas und Jamal, der einfach doppelt so alt ist, wie quasi sein Pendant dann, der mit ihm zusammenspielt und er hatte Probleme am Anfang, gerade die ersten 10, 12, 15 Minuten dachte ich bei Navas, oh, weiß ich nicht, ob das gut geht und du hast es halt nicht geschafft, das noch besser auszunutzen für dich. Und übrigens dann, es kommt ja dann nochmal die letzten, ab der 70. habe ich es mir zum ersten mal notiert, hat Spanien das gleiche gespielt wie gegen Deutschland, wahnsinnig nachlässig, wahnsinnig passiv, schwache Momente in der Strafraumverteidigung, physisch an sich gegen die Franzosen krass unterlegen und so hart das klingt, ne, weil es eigentlich, das ist Schwachsinn, wenn du dir die Namen anschaust, aber wenn du, als wenn diese, wenn das eine bessere Mannschaft ist, die gegen Spanien spielt zum Schluss, dann fällt der Treffer in der 60. Minute, so wie bei Deutschland gegen Spanien, das war im Grunde genau das Gleiche. Das finde ich schon, würde ich sagen, erstaunlich, dass diese hinter einem konservativen Konzept versteckte Angst, glaube ich, die Dichon mitcoacht, einfach die das Turnier gekostet, weil der Kader ist an sich gerade heute, man schaut ja mal allein die Verteidigungsreihen an, da ist ja Frankreich nicht auf jeder Position besser besetzt, sondern doppelt so gut besetzt, würde ich jetzt fast mal etwas ketzerisch behaupten. Schon klasse. Ich habe folgenden Punkt, finde, da muss man schon drüber diskutieren, weil ich, für mich ist Frankreich heute das perfekte Beispiel, warum sich kompakt hinten reinstellen keine risikoärmere Variante ist, weil ich finde Frankreich und du hast vorhin den Punkt, Uli, gemacht zu Mbappé, erstmal dann wieder einen Gang hochschalten, finde ich, kannst du für die ganze französische Nationalmannschaft heute machen, also das ist ja diese Idee von Kompaktspielen und diese, ist ja das, was wir bei Deutschland auch gesagt haben, wenn du nur darüber kommst, bei Spanien den Raum zwischen Innenverteidiger und Sechser zu bespielen aus einem kompakten Block und du dann aber in Rückstand gerätst, wirst du große Probleme bekommen und genau in diese Phase rein macht Spanien zwei Tore, die eben, wo du immer das Risiko trägst als kompakter Block, dass individuell gute Spieler das bestrafen können, also es sind ja beides, beide Male und beide Gegentore, die Frankreich bekommt, sind einfach individuelle Einzelleistungen, also Spanien war jetzt aus dem, aus dem taktischen Konzept, aus dem, was sie auf dem Platz vorhatten, waren die ja überhaupt nicht gefährlich, ehrlicherweise, also es gab so krass viele Abschlüsse hatten sie nicht, es sind halt zwei individuell krasse Leistungen und die bringen dein, die bringen dein ganzes Defensivkonstrukt so ins Wanken, dass du dann nicht mehr hochschalten kannst und deswegen bin ich immer dabei, dass ich finde, dass diese Idee von Fußball gar nicht risikoärmer ist, weil nach vorne ging ja bei Frankreich gar nichts und das trotz der, und das ist ja auch das, Uli, was du meinst, ähm, trotz der individuellen Klasse, die sie haben, weil die sind so gepolt auf hinten kompakt verteidigen mit drei Innenverteidigern, drei gelernten Sechsern und dann umschalten, dass da qua der Spielerprofile, die auf dem Platz stehen, gar keine Kreativität, äh, zugelassen wird. War dann nochmal klarer, als wenn du die Startformation der anschaust, ne, also dass Griezmann draußen ist, ich, ich kann das schon einigermaßen nachvollziehen, warum du es so gemacht hast und ich meine, Columane trifft er dann auch, das heißt insofern passt das ja erstmal alles, aber, ähm, da habe ich mir schon gedacht, die wollen es wirklich auf die Spitze treiben mit dem ganzen Ding und, ähm, das haben jetzt Georg in Deutschland gegen Spanien probiert, es war mir schon klar, dass sie dafür Lösungen finden würden, ne, aber man muss ja zumindest das mal sagen, ähm, ich behaupte, das Spiel ist im Mittelfeld entschieden worden, ähm, wenn die Franzosen Mann gegen Mann gehen und dann gibt es zwei, drei leichte Anpassungen in Frankreich, kommt gar nicht mit klar. Ja, deswegen, ähm, irgendwie traurig, ne, weil vom Gefühl her mit einem, mit einem vernünftigen Fußballlehrer da an der Seite, und ich will jetzt die, die schon nicht zu nahe treten, der hat einiges gewonnen und so, alles gut, ähm, eigentlich so gut wie alles gewonnen bis halt auf diese EM, aber vom Gefühl her ist dessen Zeit schon wieder sechs Jahre auch jetzt her, ne, so, dass man irgendwie denkt, mit dem Kader bei diesem Turnier im Besonderen, und ich, es gab dann auch nochmal so in der, so kurz vor der 70. dann, zum Schluss habe ich auch gefühlt, dass die Franzosen platt waren, aber so rund um die 70. dachte ich mir, ach, guck mal, wenn du den Gegner presst, ihr könnt es ja. Das ist, das ist auch übrigens Spaniens größter Schwachpunkt, würde ich behaupten, es gab nämlich eine Szene in der ersten Halbzeit, wo, ähm, Frankreich übelst halbgar anläuft, also sie waren vorne, die Anläufer waren immer am 1 gegen 2 permanent in Unterzahl, und das, das darf dir gegen Spanien nicht passieren, es gab ja einen Grund, warum Julian Nagelsmann 1 gegen 1 die permanent gepresst und verteidigt hat, weil wenn du sie da knackst im hohen Druck, mit der, und das ist ja glaube ich auch der Punkt, Uli, mit der, mit der physischen Komponente, die Frankreich eigentlich hat auf dem Platz, also die sind überall, was das physische Gesamtpaket angeht, überlegen, nur sie kriegen es einfach nicht auf dem Platz, und es gab dann ja Phasen in der zweiten Halbzeit, wo sie dann mal aggressiv Mann gegen Mann angelaufen sind, da hat Spanien direkt Probleme gehabt, das rauszuspielen, und, ähm, also bei Frankreich kriegst du immer so den faden Beigeschmack, als ob da bei dieser Weltklasse-Truppe nicht alles ausgereizt ist, das Bittere ist halt, dass die Schaum einfach so viel mit dieser Mannschaft gewonnen hat, dass, äh, die Leute immer sagen werden, ja, aber reicht ja dann, wenn du, äh, dich hinten reinstellst und konterst, aber ich glaube, mit der Mannschaft geht noch viel, viel, viel mehr, mit der muss ja eigentlich jedes Turnier gewinnen, über Jahre, und zwar jedes einzelne. Also ich hätte ein bisschen... Deschamps alles gewonnen, außer unsere Anerkennung, würde ich mal sagen. Aber mal im Ernst, du kannst doch nicht sagen, dass der, äh, ja, Titel hin oder her, guck dir mal den Kader an. Und der war jetzt vor vier Jahren nicht schlechter, oder vor drei Jahren, oder vor selbst sechs Jahren noch, wobei, wie alt war Mbappé da, 19? Ja, war jetzt auch nicht viel schlechter, als Jamal aktuell. Mbappé mit 19, würde ich mal behaupten. Und von dem her ist es schon gerechtfertigt, dass man mal so eine integrierte Show auch mal, dass man da mal das Baguette drüber zieht. Ich weiß auch gar nicht, wie es da jetzt weitergeht. Ich habe vorher nichts vernommen, dass das irgendwie das letzte Turnier sein könnte. Bin jetzt aber auch bei Frankreich. Also der Chat wird das vielleicht wissen. Gibt es da Meldungslage oder ist es sogar schon zurücktreten? Das kann ja auch durchaus sein, dass es vielleicht schon langsam müsste ja wahrscheinlich die PK danach losgehen, dass der vielleicht sogar schon sagt That's it für mich. Hängt wahrscheinlich auch ein bisschen vom potenziellen Nachfolger ab, aber den würde man da finden und die Franzosen waren ja bis dato in der Verbandsgeschichte auch nicht verlegen, darum dann einfach den Co-Trainer zu nehmen. Also wir wissen doch alle, wer Nachfolger von Didier Deschamps wird. Also das steht doch schon geschrieben. Ist doch klar. Ist das so? Jetzt wird es doch sowieso Sinne, den sie dann. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der das nicht macht. Also für mich steht das, das ist wie ein Skript, was schon geschrieben ist. Ich kann sie dann nicht einschätzen. Also das ist für mich kein normaler Trainer. Sondern das ist jemand, der macht Dinge, die er halt macht, weil er denkt, das ist jetzt Time is right. Aber ich weiß nicht, ob, also ist das logisch? Finde ich auch. Und man könnte wahrscheinlich auch denken, vielleicht hat er auch einfach genau darauf gewartet. Vielleicht ist das aber auch jemand, der einfach denkt, was soll ich denn da? Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube schon, dass er es macht. Und ich glaube, dass wir dann bei der WM 26 auch wieder sehr viel zu diskutieren hier haben werden. Ich sage dir, es wird entweder Henri oder Zidane. Einer von beiden wird es werden. 100%. Beide, beide. Zidane, Chef, Henri Co. Henri ist auch so ein typischer Co. Ja, Henri als Cheftrainer, das glaube ich. Wenn, dann beide. Also ich habe den einmal live als Trainer erlebt in Monaco vor dem Champions-League-Spiel gegen Dortmund. Naja. Also nicht jetzt von, nicht falsch verstehen, nicht von der Knowledge her, das meine ich damit nicht. Ich glaube, dass der das Spiel überdurchschnittlich verstanden hat, keine Frage. Deswegen glaube ich, ist er auch ganz gut aufgehoben, so als so ein Einzelmannschaftsteiltrainer oder so, oder so junge Spieler entwickeln, aber der ist halt, er hat halt tough, tough love. Also das ist halt jemand, der glaube ich, ich würde mit sowas ganz gut klarkommen, aber der, das ist halt der Typ, Trainer, der dir sagt, Alter, jetzt habe ich dir schon einmal gesagt und wenn du das jetzt beim zweiten Mal immer noch nicht verstehst, dann kann ich aber auch nichts machen hier. Sorry. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Schieß ihn doch einfach mal rein. Ja. Ich zeige es dir mal. Komm her. Ich ziehe von außen halb links rein und langes Eck in die Tasche. Ist nicht schwer. Wo ist jetzt dein Problem? Also, das kann ich mir auch richtig gut vorstellen. Ich finde aber, was Dizzy Timski gerade schreibt, sehr richtig. Deschamp hat sicher den Löw-Bonus, dass er entscheidet, wann Schluss ist. Mal schauen, ob er ähnlich stur ist. Ich glaube, genau so wird es wahrscheinlich kommen, wenn Deschamp nach dem Turnier sagt, das war es für mich, dann ist es vorbei. Wenn nicht, dann wird er auch 26, die Mannschaft, bei der WM noch coachen. dann wird es genau dasselbe Lied und du wirst dir nach dem Turnier wieder denken. Was ist denn da los? Ich glaube übrigens, bei Zidane wäre es nicht anders. Ich stelle dir mir das Bild vor. Hier der französische Fußballverband ist ja FFF, glaube ich, oder? Lädt jetzt in Paris ein. Didier Deschamps, bitte mal Analyse zur letzten EM. Und er steht dann so vor der Tür, wartet darauf, dass er reingebeten wird. Und dann kommt von hinten einer und klopft ihm so auf die Schulter. Und dann steht Zinedine Zidane da. Dann bin ich gespannt, was Didier Deschamps in dem Moment dann so, wenn er nach hinten guckt, sagt, jetzt gehe ich mal da rein, versuche mich nochmal zu verkaufen und weiß eigentlich schon ganz genau, wer da hinter mir wartet. Weil da ist er einfach nochmal eine Nummer kleiner. Egal, welche Titel er schon geholt hat. Und ich glaube, dann ist es auch vorbei für Deschamps. Also ich würde es schon traurig finden, wenn so ein Fußballverband wie Frankreich da auch weiterhin dran festhalten würde. Legator 22 schreibt gerade rein, verstehe eure Kritik an Didier Deschamps heute komplett, aber ist es nicht Teil der oft etwas kuriosen Nationaltrainer-Symptomatik, dass sie es menschlich lösen und relativ viel laufen lassen? Fragt mal Tedesco, wie viel Komplexität eine Mannschaft verträgt. Also ich glaube, das ist auch der ganz große Unterschied nochmal von einem Deschamps zu einem Southgate beispielsweise oder zu einem Ronald Koeman. Ich glaube, der ist schon sehr nah an der Mannschaft, der versteht, was die Spieler brauchen oder eben nicht brauchen. Ich glaube, das Problem ist eher da, dass bei Frankreich ganz simple Basics wie ein guter Matchplan fehlen. Also die verlassen sich halt einfach nur da drauf und die stellen auch ganz wenig um. Und ich weiß nicht, wie sein Staff ist, wer an seinem Staff arbeitet, das kann ich dir überhaupt nicht beantworten, aber ich glaube, dass es einfach darum geht, dass diese Mannschaft taktisch ein wenig verwahrlost ist auf Verbandsebene. Also das haben wir ja immer gesagt, es geht ja gar nicht darum, dass du extrem, also du musst ja nicht 16 Matchpläne einstudieren, du musst auch nicht 17 Systeme und wann du auf welche switchst und so weiter, darum geht es ja gar nicht. Sondern es geht darum, der Mannschaft eine Identität zu geben und was mich bei Deschamps gestört hat, ist, dass es ein sehr negativer Touch jeweils ist, was er tut. Also gar nicht so sehr jetzt, dass er limitiert ist oder so, das ist gar nicht der Punkt, aber wenn du schon limitierst, dann sag denen, du wenigstens geht raus und habt Spaß, weil die sind ja gut genug, da gibt es ja überhaupt keine Zweifel dran. Ich habe aber das Gefühl, der geht raus und lasst aber nichts zu. Und das ist, glaube ich, das ist eine Frage der Kultur, weil, das ist ja auch in der französischen Historie begründet, dass es halt bis eigentlich 98 so war, dass sie auch talentierte Spieler hatten, aber jeweils, wenn es darauf ankam, halt einfach zurückgewichen sind. Und Deschamps war derjenige, der halt in der ersten siegreichen Generation gewesen ist und der verstanden hat, ah, guck mal, wenn wir einfach nur ein solides, konservatives Spiel machen, nicht viel anbrennen lassen, dann wird das schon gut gehen. Das Problem ist nur, sie sind halt 2006 hängen geblieben mit der ganzen Nummer. Es hat sich ja, es ist ja, den Fußball könntest du eins zu eins zurücktransferieren. Das ist mein... Das ist ein ganz guter Punkt, weil in der Zeit waren nämlich alle diese Verantwortlichen noch in den 30ern oder zumindest in den fast 40ern. Ich habe mir gerade, weil Benni meinte, wer ist denn da eigentlich alles im Trainerstab und im Staff drumherum, also der Sportdirektor von Frankreich ist 81 und im Trainerstab ist auch keiner unter 50, sehe ich gerade. Co-Trainer 67, also wir haben hier auch mit ein paar alten, ein paar alten Musketieren, glaube ich, zu tun, wenn wir uns mal hier den FFF ansehen. Auch das, es ist nichts Unfranzösisches gewesen in den Jahren. Also wenn sie erfolgreich waren, sind sie einfach jahrelang mit demselben Käse gegangen, bis sie dann gemerkt haben, oh Mist, funktioniert überhaupt nicht und dann wieder back to the roots und dann wieder so bleiben wir wieder, wenn es erfolgreich ist. Ich mag das alles irgendwie verstehen. ich weiß nicht, wie die die Chance ist, kann auch sein, dass es echt ein cooler Typ ist und ich kann auch verstehen, dass man, und ich finde es eigentlich auch ganz gut, dass man in so einem Land dann Respekt vor so jemanden hat, der einfach wahnsinnige Dinge erreicht hat in seiner Karriere, sowohl als Spieler als auch als Trainer, aber... Also ich glaube, wenn wir über dieses Identitätsthema sprechen, hat man, also der hat ja Frankreich schon eine Identität gewesen und man bekommt im Allgegeben, dass man, das Problem ist, glaube ich, dass du immer das Gefühl bekommst, dass diese Identität, die er Frankreich gibt, eine sehr unwürdige für die individuelle Qualität ist, die sie haben und dass er, ich finde halt, trotz allen Erfolgen, die sie hatten und das gehört zur Wahrheit bei Didier Deschamps, das merkst du auch in diesem Spiel heute wieder ganz gut, gehört halt so weit mit dazu, dass sie die Qualität, die sie vor allem im letzten Drittel haben, einfach, da kriegen sie die PS nicht auf die Straße, weil du kannst ja den Spielern noch so häufig sagen und ich glaube darauf, oder das ist am Ende auch der Plan, du hast Freigeister vorne, die relativ frei entscheiden können, wie sie sich bewegen und was sie machen und vor allem, wie sie gegen den Ball arbeiten, gehört so weit mit dazu, dass die mit dem Ball einfach immer super viele Meter überbrücken müssen und du merkst halt, dass es relativ wenig einstudiert ist und relativ viel auf dem Zufall basiert und alles darüber hinaus, was so defensive Qualität angeht, also es ist Frankreich ja eigentlich fast das Nonplusultra, ich fand auch bis auf diese zwei und das gehört ja zu weit auch mit dazu, dass bis auf diese zwei Aussetzer, die sie in diesen fünf Minuten heute hatten, haben die gar nichts zugelassen und das sind diese zwei Momente, wo du einmal keinen Druck auf den Ball bekommst und es gibt halt Teams wie Spanien, die das sofort ausnutzen bei ihrer individuellen Qualität und dementsprechend, glaube ich, liegt der Teufel oder der Fehler so ein bisschen im Detail, weil vorne fehlt einfach komplett die Linie und alles andere ist aber auf einem absoluten Elite-Level, finde ich, muss man auch so festhalten. Alles, was ich sage, ist nur am Ball. Das habe ich immer gesagt, das ist, glaube ich, der große Unterschied zu den Engländern. Es gibt einen kollektiven Gedanken, nur der ist immer nur defensiver Natur. Ich habe das Gefühl, der sagt hin und vorne, da beten wir zum lieben Gott oder, keine Ahnung, oder wir beten zum heiligen Kilian. Und da hast du dann halt ein Problem, wenn Mbappé einfach, und Uli findet, es ist auch wichtig, dass man das mal sagt, bei all dem, was man immer so in der Presse liest oder in der Öffentlichkeit über den mitbekommt, der hat einfach keine gute Saison gespielt und dieses Turnier spiegelt seine Saison auch so ein bisschen wider und das gilt für ganz viele. Ousmane Dembélé hat bis auf sein Freak-Spiel nach Einwechslung gegen Portugal gar nichts gerissen bei der EM. Antoine Griezmann, der normalerweise, jeder, der Frankreich auch mal an der Quali und in den Monaten davor gesehen hat, weiß, dass Griezmann viel wichtiger für das Spiel ist als Kijan Mbappé, vor allen Dingen für das Umschaltspiel. Den musste er rausnehmen. Ja, aber den nimmt er ja raus, weil der einfach das ganze Turnier scheiße spielt und das gehört dann leider mit dazu, dass Frankreich aufgrund dieser individuellen Ausfälle nach vorne gar nichts mehr hinbekommt. Tisi Timsky bringt es schön auf den Punkt, was du gerade gesagt hast, Uli. Der Leitsatz von Dijon ist, geht es raus und verhindert Fußball. Ich wollte noch auf das Ball-Carrying eben im Umschaltmoment eingehen, weil ich fand, Barcola hat es tatsächlich in der letzten halben Stunde da echt das ein oder andere Mal richtig gut gemacht. Aber das ist halt dann auch alles. In der Hoffnung, wenn es halt bei Mbappé dann nicht so klappt, dann vielleicht kann es ja ein Barcola und das hat halt Frankreich in den letzten Jahren dann auch immer über Wasser gehalten, weil dann war es halt mal ein Dembélé, dann war es mal ein Coman. Irgendeiner war halt dann schon immer mal da, der halt eben dieses 1-1 aufgelöst hat und die Spanier hatten dem auch nicht wirklich was entgegenzusetzen, nur hat halt dann immer der finale Pass ins Zentrum dann mal wieder gefehlt. Und ja, von dem her, also ich würde mich schon sehr wundern, wenn man mit dem Trainer weitergeht, muss ich einfach sagen. Das Schlimme ist, und das ist mein Take, also das ist so bitter eigentlich, dass Deutschland, ich glaube, wenn die das Spiel gegen Spanien gewinnen, wären die zu 100% Europameister, glaube ich. Das ist so, 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 so bitter bei dem Turnier, weil ich glaube, Deutschland zerlegt heute Frankreich richtig, tatsächlich, weil die nochmal einen anderen Drive ins letzte Drittel haben, als Spanien, finde ich. Gut möglich, ja, dass das funktioniert hätte. Das ist schon, das ist, ja, also, ich weiß auch nicht, was, wir kommen ja dann vielleicht noch mit zwei Sätzen zum anderthalb Finale morgen, aber ich, also, in welcher Welt ist denn Spanien nicht Europameister damit? Also, wenn du dieses Spiel überstehst mit der, mit dem Kader, den du zur Verfügung hattest für dieses Spiel, dann, glaube ich, sieht es gut aus. Und ich meine, du musst dir immer überlegen, die haben Thorazien geschlagen, das sage ich weiterhin, da bleibe ich auch bei, die stärker waren, als das jetzt im Leumund so erzählt wird, transportiert wird. Die haben Italien geschlagen, die zu dem Zeitpunkt, damals dachten wir, okay, das sieht gut aus, okay, die haben dann ein bisschen an den Momentum verloren, keine Frage. Die haben Deutschland geschlagen, Georgien war auch nicht, also war zumindest für 20 Minuten lang kritisch oder 10 Minuten lang, okay, kritisch, natürlich, keine Frage, Albanien war auch nicht ohne das Spiel, haben sie alles relativ souverän gemeistert und schlagen jetzt einen Gegner, dem du erstmal zwei einschenken musst. Darum geht es ja erstmal, egal wie die Tore dann am Ende fallen. Und da, da muss man ja wiederum sagen, haben die Spanien dann auch Glück, dass Pedri nicht dabei ist, sondern Olmo, das ist ja das, was wir gesagt haben, den einen können sie verkraften, den zweiten, glaube ich, da wird es dann ein bisschen zu viel sein. Aber, ähm, ja, wahrscheinlich ist das so. Wenn Deutschland nicht getroffen hätte gegen die Schweiz, wer weiß, über was wir jetzt sprechen würden. Ja, es ist echt, so hässlich das ist manchmal. Es ist, es ist voll bitter, ähm, ich würde trotzdem, also bei Spanien ist halt das Krasse, dass sie ja, ich habe das mal in einem Artikel oder in einem Interview vor der EM gesagt, dass ich glaube, dass Spanien sehr erfolgreich wird, weil die ein besseres Gefühl für Tempowechsel hatten. Also der größte Unterschied vom jetzigen Spanien zu Luis Enrique Spanien ist ja, dass, äh, die irgendwann so viel, weil Luis Enrique so viel Kontrolle hatten, dass die nicht mehr in die Tempowechsel reingekommen sind. Und das finde ich jetzt viel, 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 viel besser unter De La Fuente. und das macht die ja so gefährlich. Und das, obwohl sie einen vergleichsweise simplen Fußball spielen. Also der, De La Fuente macht ja kein, ist ja kein taktisches Hexenwerk, was die machen. Die schieben ihre Achter einfach nur hoch, die, äh, überlaufen oder vorderlaufen mit ihren Außenverteidigern und dann beginnen halt die Tempowechsel. Plus, die haben halt, das gehört, finde ich, bei einem Turnier, brauchst du das? Brauchst du das unbedingt? Ähm, ich finde, den Spaniern merkt man an, dass die einfach sauviel Selbstbewusstsein aktuell haben. Also denen ist das einfach, also diese individuellen Aktionen, wie die mit Drucksituationen umgehen, die haben eh schon die Qualität, aber, ähm, man merkt einfach, dass da eine Truppe auf dem Platz ist, die sich denkt so, ja, wer soll uns schlagen? Ist so. Ja, und, und das, das ist genau die, das ist genau das, ne, worum es geht hier. Ähm, es geht gar nicht darum, alles höchst komplex zu gestalten als Trainer, sondern es geht einfach nur, den Jungs im Plan mitzuhalten, zu geben, bei dem sie denken, egal was hier kommt, wir kriegen es hin. Das reicht. Und, und die individuelle Qualität, die sie, also ich finde, was der der Fuente perfekt hinbekommen hat, ist, dass dieser Kader einfach sau ausbalanciert ist. Also du hast, eigentlich kaum, bis gar kein, nee, du hast eigentlich gar kein Konfliktpotenzial in dieser Mannschaft. Du hast erfahren, du hast eine erfahrene Achse. Du hast mit, also über Laminia mal müssen wir ja nochmal sprechen, weil was der heute wieder abgerissen hat, ist einfach, ich kann manchmal nicht glauben, dass der Junge 16 ist, also das ist unfassbar. Und dieser ausbalancierte Kader plus diese simple Idee, in Anführungszeichen, von Fußball, die macht die in manchen Phasen des Spiels einfach unschlagbar, ist so krass. Ja, stimmt. Und das Ding ist ja das, die haben so ein paar versteckte Assis da drin, die die Scheißarbeit machen, die Moratas, die Nachos, der reinkommt und und da ja, also das ist ja auch nochmal so ein Ding, die letzte Viertelstunde kriegt Frankreich den Teuter gar nicht zum Arbeiten, der ja ausgewiesener Schwachpunkt ist. Das hat ja Deutschland zumindest ein paar Mal geschafft, aber die Franzosen kriegen gar keinen Druck mehr drauf sozusagen und ja, das ist so, dass man da sagen muss, die haben offensichtlich eine ganz gute Mischung beieinander. Natürlich auch, muss man auch sagen, also Williams Jamal, hätte ich jetzt heute gesagt, war ein bisschen enger, als sie es sonst gewesen sind. Sieht man auch, also muss man sagen, Koundé macht ja ein Riesenspiel, der wird zum Schluss noch mal eigentlich saustark ist. Ich habe Nico in dieser Europameisterschaft noch nie so normal gesehen, sozusagen. Jamal ist halt trotzdem wie so ein Gummimännchen, der sich trotzdem einfach aus allem raus laviert, aber die Spanier haben die Spanier so gedauert, aber das ist natürlich viel besser. Das ist schon, das ist schon mit Morata, der wahrscheinlich genau, dieses Turnier genauso hat alt werden müssen, den ich immer als Favoriten hatte auf die Torjägerkrone, aber das ist ja, ich will jetzt nicht wieder anfangen, ich muss mich eh im Übrigen noch entschuldigen, also für die Leute, die das gucken, ich habe mir die Passage noch mal angehört, das Wort dumm bei der Diskussion um Kai Havert, das ist aber too much, das war dem absolut nicht schlafgeschuldet und einfach ein paar Dinge, die so bei mir zu Hause los sind, dass ich da ein bisschen zu schnell war, also sorry, falls ich da jemandem zu nahe getreten sein sollte, bitte nicht zu krumm nehmen, aber dann sind wir wieder bei unserem Lieblingsthema, Morata ist der Harpatz von Spanien, der sich einfach clever bewegt, der einfach Dinge macht, die niemand machen möchte, ich habe nur die Statistik gesehen, der erste Spieler, der an 20 Fouls beteiligt ist, sowohl gefoult wird, als auch selbst foult, die ganze Zeit, und da siehst du mal, der ist sich halt nicht zu schade, hat er getroffen? Ich glaube nicht, wenn ich alles richtig verfolgt habe, aber mir interessiert es, weil Hauptsache er macht diese Dinge und das hat er auch eine Zeit lang nicht so gut geschnallt, wie jetzt gerade, also auch das ist ja so erstaunlich, dann wird Giroud eingewechselt, das ist genau das, was er mir über den gesagt hat, als die damals Weltmeister geworden sind und da war er schon uralt und jetzt ist er noch älter, aber das ist halt so. I don't care sagt genau das, schreibt das in Chat, was ich auch gerade sagen wollte, Morata ist einfach der spanische Tim-Klein-Dienst mit den Fouls, das wollte ich die ganze Zeit gerade sagen und das stimmt wirklich, also es ist wirklich krass, also die Workrate von dem ist unglaublich Wahnsinn und die haben die Last in der Offensive einfach gut auf mehrere Schultern verteilt. Ja und also wie gesagt, Koundé war heute, das war wirklich ein Freak-Spiel von dem Defensiv, der hat ja wirklich alles wegverteilt, was ging, es gibt glaube ich so eine Situation, wo Nico Williams ihn tunnelt und er den Ball noch irgendwie so mit dem, also ich weiß gar nicht, wie er das gemacht hat, aber ich glaube mit dem Linken, also ganz crazy, den er mal wiederholt. Spanien hat eine geile Mannschaft und Dani Olmo hätte sich damals einfach nur einmal Olympia sparen sollen und dann glaube ich, werde auch nicht mehr so häufig verletzt, aber Tim Pequeño Servicio, sehr gut, finde ich gut. Laura, Robbs. Wäre es nicht. Wäre es nicht? Servicio ist der Dienst? Bequeño Klein. Ah, gut, ne? Ja, ich sehe. Da würde er gleich schon 15 Millionen mehr kosten, wenn er so heißen würde. Aber zu Recht, mit so einem Namen muss man auch mehr kosten. Aber es ist krass, bei den Spaniern, by the way, ich hatte das, das war meine einzige Sorge vor dem Turnier, weil das wäre typisch Spanien gewesen, was hat er auch clever gelöst, De La Fuente, weil er immer gut gewechselt hat, dass Spieler ja teilweise vollkommen überpaced sind, ne? Also, dass die einfach zu früh viel zu viele Spiele machen in ihren Vereinen und deswegen dann im Drei-Tages-Rhythmus manchmal nicht performen, aber auch das, also mit dem Problem hatten sie ja gar nicht zu kämpfen, fand ich, bei dieser EM. Sag noch mal, wie hast du geleckt gerade? Ach so, äh, ich habe nicht zugehört, ich bin auch ganz ehrlich. Ja, ist eine Stimme, ist ja immer so. Ich war abgelenkt von, in 60 Millionen habe ich mir Gedanken gemacht, sorry. Wir haben ja auch noch einen Chat. Alles gut, ja, du, ich weiß, Flo, bei dir, wenn da einmal was Interessantes drinsteht, dann ist, dann ist off. Nichts Persönliches gegen dich, oder deine Konten. Nee, alles gut. Ich meine, ich meinte nur, dass es bei den Spaniern oder spanische Teams häufig dazu neigen, ihre Spieler zu verbrennen und dass sie dann in so Turnieren immer so krasse Ermüdungserscheinungen haben. Also, es war immer ganz krass bei Pedri, jetzt auch bei Gavi, also dieser Kreuzbandriss und diese Verletzten. Dani Olmo war ja vor dieser Olympia nie verletzt, die er gespielt hat. Vor, ich glaube, Olympia-EM, die haben ja alles gespielt und seitdem kacken die halt permanent ab. Was Verletzungen angeht, aber die Probleme hatten sie auch nicht bei dieser EM und das kommt dem Team auch zugute. Wobei, das muss man natürlich auch nochmal ehrlicherweise sagen, ich glaube, dass es viel leichter ist, wenn du zu einem Turnier kommst und du hast eine Mannschaft, das war die unterhaltsamste Truppe bei dem Turnier, Schrägstrich mit den Deutschen vielleicht, je nachdem, was man halt hat und wenn es natürlich läuft, dann spielt es sich viel leichter, als wenn du wahrscheinlich, also stell dir mal vor, du kommst nach der Saison, als, ich nenne jetzt einfach mal, Jomini, du hast eine extreme, oder Kammerwinger, noch schlimmer, wenn du nicht spielst, du kommst da hin, hast eine Saison gespielt, hast eigentlich alles gewonnen, alles läuft super, spielst mit lauter Ball in der Truppe und dann verordnet der dir hier, hey, cool bleiben, wir machen mal 4-5-1 gegen den Ball und wir kassieren hier nichts und dann sagst du, hey Trainer, wir haben ein Bappé und so, ja komm, erstmal nichts kassieren, wie schwierig das sein muss, sich dann nochmal aufzuraffen, mental, diese schweren Wege zu gehen, wenn du eigentlich nur ballen willst, ist ein nicht zu vernachlässigendes Narrativ, glaube ich. Ich sage dir trotzdem. Es geht ja England genauso, oder? Die letzten Jahr im Matchplan, da wissen sie halt, okay, wir werden erstmal hinten absichern, weil wenn du auch noch zu offensiv spielst, dann nehme ich dich gleich raus und nochmal auf den Punkt von Benni zurück, Williams und auch Jamal hat er ja meistens so in der Achtzigsten eigentlich runtergenommen, kann man sagen und deswegen ist der Punkt, mit dass er bei anderen Turnieren, die eigentlich immer wirklich durchspielen hat lassen und verheizt hat, echt ein, ja, also das ist ein sehr guter Punkt und ich finde, jetzt auch mit so perfekten Einwechselspielern wie ein Ferran Torres, also man kann von dem ja halten, was man will, aber ein Ferran Torres in der 70. reinzubringen, wenn ich 1-0 führe, ja immer. Das ist ein Konterspieler par excellence, der bindet ja nochmal einen Abwehrspieler hinten rein, ich weiß, Uli, du kennst ihn jetzt wahrscheinlich eher halt noch aus der City-Zeit, nein, da kann er nicht spielen, aber bei Valencia, also ich mochte den schon sehr, ich hätte den auch gerne mal bei Dortmund tatsächlich gesehen. Ja, ja, ja. Das ist kein schlechter Mann. Aber es ist richtig krass, ganz kurz, ich will nur was zu, also ein letztes Ding zu diesem Verletzungsthema, bei Daniel Olmos ist es wirklich so, ähm, der war nicht ein einziges Mal verletzt vor Olympia, nicht ein einziges Mal und seitdem der diese krasse Saison mit so vielen Spielen hat, hatte der 1, 2, 3, 4, 4 Mal Muskelfaserriss, also alles Muskelverletzungen ohne Ende und, äh, sie haben ja auch, De La Fuente hat ja bei einem Turnier, äh, bei einem Spiel, ich glaube das dritte ist es, hat er die komplette Mannschaft, äh, getauscht, ne, also wo sie gar nicht gespielt haben. Letztes Gruppenspiel, ja, wie sie durch waren, und trotzdem gewonnen. Ja, und das ist halt das Krasse bei dieser Truppe und, äh, Flo, ich finde es auch sehr richtig, was du sagst, ähm, du hast halt auch geile Einwechsler, ne, also, ich finde euer Sabal sehr underrated vorne drin, ähm, super Arbeiter fürs Team. Das ist, äh, Entschuldigung, der kleine spanische Griezmann, meiner Meinung nach auch. Ja. Der hat sehr viel Parallelen von, von Antoine. Ja, auch, das sind halt alles keine, also auch Vivian, dass der sich heute einfach so nahtlos einfügt, Nacho, äh, Nacho, dass der, äh, gut, der kennt es aus dem Verein, dass der dann einfach mal im Spiel die 40. Position dann spielt und das alles funktioniert. Es ist halt auf der einen Seite, also es spricht, spricht für Spanien, dass das heute mit einem 16-jährigen Lamin und mit einem 38-jährigen Jesus Navas auf rechts funktioniert hat, ähm, spricht aber auch einfach fett gegen Frankreich, dass die das mit Theo Hernandez und mit Kian Mbappé auf einer Seite nicht ein einziges Mal bespielen konnten, weil, ja, auch sonst, ne, auch sonst genügend Tempo, also klar, Tempo bevor, da generell, brechen wir es nochmal runter auf die Athletik, ne, wenn man, wenn man andere körperliche Komponenten nochmal mit reinnehmen will. Das war ein klares Mismatch, also schaut euch die, die, also geht beim Torhüter los, das ist übel im Vergleich, ist dann schon mal, was so die Größe betrifft, das ist schon enorm und dann, ähm, wenn du dir die, die beiden Reihen anschaust mit Innenverteidigung, Überaußenverteidigung, dass da nicht mehr geht, und weil das vorher gerade jemand geschrieben hat, also sorry, wenn ich jetzt den Namen gerade nicht berat habe, ähm, war ein 50-50 Spiel, Frankreich hat auch einiges richtig gemacht. Es stimmt schon, das war unterm Strich ein 50-50 Spiel, das ist schon wahr, aber da sind wir wieder bei dem Punkt. Ich mache immer den Unterschied, gibt es Trainer, die machen Mannschaft schlechter, die gibt es auch, nicht mehr so viele, aber die gibt es auch, wo ich denke, die bremsen die eher, es gibt Trainer, die halten, das ist gleich, und es gibt Trainer, die machen sie besser, um jetzt mal ganz grob einzuteilen. Und Deschamps wahrscheinlich ist gleich. Naja. Aber der hätte dieser Truppe mehr geben können, und mit einem vernünftigen Trainer an der Seitenlinie, gewinnen sie das Spiel. Weil ich nach wie vor der festen Überzeugung bin, dass der französische Kader ausgeglichen ist. Die haben ebenfalls diese Armada-Mittelfeldspieler, wir haben noch nicht mal über den Saier-Marie gesprochen, der wahrscheinlich in so einem Spiel ganz sinnvoll und wichtig gewesen wäre. Kamar Winger kommt von der Bank, der einfach unglaublich ist. Keine Ahnung, ob es an Kanteis Gesundheitszustand liegt, dass der so früh runtergeht, das fand ich auch seltsam, muss ich sagen, weil ich immer noch das Gefühl hatte, der gibt was, und wenn es nur Ordnung ist. Und so weiter. Und im Sturm, okay, da kann man sich dann, also Kolo Mourney hat natürlich eine super unglückliche Saison, das spielt sicherlich auch mit rein, Giroud ist eigentlich so, reitet in den Sonnenuntergang dann nach Los Angeles, aber glaube ich, kann der auch noch gewisse Dinge nochmal geben, das ist jetzt nicht das große Problem. Und Mbappé, über den haben wir schon jetzt hinlänglich gesprochen. Nichtsdestotrotz, der Kader ist für mich der bessere, und zwar immer noch mit einigem Abstand, so blöd das klingt. Ich sage aber auch, auf der anderen Seite, und das spricht so krass für 50-50-Spiel, wenn Laminia mal dieses Ding nicht auspackt, verliert Spanien das Spiel, weil ich finde, genau in der Phase, und das muss man ja sagen, ich glaube, Spanien kann sich heute bei Lamin bedanken, weil genau in der Phase, wo er das Tor macht, war Frankreich drauf und dran, über einen Konter das 2-0 zu machen. Also Spanien war hinten, die waren schon ab der, nachdem sie das Gegentor bekommen, waren die in den Kontersituationen offen wie Sau. Adrian, 2001 Werder, danke für dein Abo im neunten Monat, auch eine Legend-Day-One-Member, danke. Das ist wirklich Day-One, oder? Ich wurde letztens gefragt, seit wann es uns eigentlich gibt, schon ein Jahr, oder? Ein Jahr sind wir, glaube ich, noch nicht am Start. Neun Monate, aber es sind schon recht. Crazy. Sehr schön, dabei. Vielen Dank. Ja, aber ich finde es krass, dass Spanien auch dieses Momentum, das ziehen die auch so krass aktuell, also das Tor gegen, also klar, sie kriegen gegen Deutschland noch in der, spät im Spiel das 1-1, aber sie machen auch in der 119. wieder das Tor. Sie treffen heute genau in eine Phase rein, wo Frankreich drauf und dran ist, über einen Konter das 2-0 zu machen, und das hilft ihr halt einfach so krass. Bench 7, abonniert mit Prime, Dankeschön. Ja, wieder dabei, ne? Und ich nutze einfach mal die Gelegenheit, und wenn die lauter ist, das ist heute ein Feier, ne? Entschuldigung, Uli, aber Laura ist heute ein Feier. Darf auch jemand anders vorlesen? Auf Spanien. Gesichtsalz. Ich glaube, RondeTV ist ungefähr so alt wie Lamine. Im Gesicht, ja, in dieser Europameinster Film, das stimmt. Das sind immer alle 16 Jahre gealtert. Ich hatte vorhin noch eine kurze Rechnung im Kopf, weil du meintest, Navas ist doppelt so alt wie Lamal. Ich glaube, der ist sogar... Nicht ganz. Ich glaube, der ist sogar 2,5-fach so alt. Ja, doch. 38, oder? Ja, 40 wäre 2,5-fach. 16, 16... Ey, bitte, jetzt mach... Ey, Leute, es ist 23.50. Ich wollte wirklich... Ich bin in der Mathe eh scheiße. Also... Ja, mehr als 2,4-fach wahrscheinlich sogar. 2,5 wäre, wenn er 40 wäre. Also, ich habe nur gelesen, der geile Fakt ist, dass... Oh, Legato, ja, fair enough. Sein Vater ist 35. Boah. Und du bist so... Ja? Echt? Also, ich meine, offensichtlich ist die Familie ja mal schnell dran. Ja. In allen Dingen. Aber trotzdem ist er einfach völlig krass. Wenn man sich das jetzt überlegt... Der Vater ist einfach jünger als ich. Chris Kramer hat über den eine richtig gute Sache gesagt, dass bei ihm... Bei ihm ist halt nicht mal das Krasse, also sein 1 gegen 1, ja, also ist auch Weltklasse mittlerweile fast schon, aber die Entscheidung, der macht ja keinen Fehler. Die Entscheidungsfindung ist so krass, vor allem in Drucksituationen, dass der immer... Die Pässe, die der spielt, die sind immer perfekt temporiert. Also der spielt kaum Fehlpässe. Und also wenn du das mit... Wenn man sich mal Jugendspiele anguckt oder geht mal zu einem U17-Bundesligaspiel. Die spielen Fehlpässe, selbst die Top-Talente, die spielen Fehlpässe ohne Ende. Teilweise noch in so ganz wilden Situationen, aber diese Temporierung von dem und was der für ein Fußball die Kuh hat, das ist unfassbar. Das ist genau das, was ich immer sage, das macht denen so magisch. Also ich habe das schon mal erklärt, ich hoffe, ich langweile damit jetzt nicht, aber gerade bei Wingern gibt es verschiedene Arten. Es gibt halt die, die athletisch alles durchziehen, es gibt die, die einiges mit Intellekt lösen. Grob, ne? Und es gibt diejenigen, die haben beides. Und die haben mal 16. Also gut, er wird jetzt demnächst 17, dann kümmern wir auf einmal mit den Superlativen, weil dann ist er wieder der Bringschuld langsam. Aber im Ernst, das ist schon krass, wie der es schnallt einfach. Und das habe ich euch auch gesagt, es gibt bei dem Deutschland, bei dem Tor, das er vorbereitet, habe ich es ja gesagt eben, wenn du dir das überlegst, ja, es gibt die Winger und es wird nochmal ganz besonders klar, wenn man sich überlegt, dass heute gegenüber Ousmane Dembélé spielt, bei dem Barca gesagt hat, also haben sie ja nicht, so ganz so ist es ja nicht, ist ja nicht gelaufen, aber zumindest haben sie ihn gehen lassen. So für einen Tarif, bei dem einige gesagt haben, naja, stell dir mal vor, sie hätten ihn behalten, dann wäre Jamal gar nicht so sehr zum Spielen gekommen wahrscheinlich. Vielleicht hätte er ihn auch verdrängt, keine Ahnung. Aber da merkst du mal, Dembélé ist der Typ Spieler, der wird ja jetzt auch schon cleverer, muss man ja auch fairerweise dazu sagen, aber Dembélé ist der Typ Spieler, der holt den Ball lieber in der Mittellinie ab, lässt 4, 5 aussteigen und ist am selben Punkt wie Jamal, trifft aber dann auch die falsche Entscheidung, weil er wahrscheinlich Konzentrationsschwierigkeiten hat. Jamal ist der Typ Spieler, der sich denkt, ach, sollen die anderen da machen? Ich schlag die schon mal auf Ball und dann geht's los und ich mach nur noch die letzte Aktion und das ist der hier und das ist der Punkt, warum dessen Karriere länger sein müsste als die viele andere Winger und warum er jetzt schon, ich sag das gern nochmal, Top 3 Right Winger ist. Ich sag Top, ich sag der ist Top 1 mit Salah. Ich glaub, ich glaub nicht, dass er da denkt in dem Moment, ich glaub, das ist komplett das ist Intuition einfach. Der macht das einfach. Aber Intuition ist das Wort. ich glaub, wirklich so, so wie Müller halt weiß, wo er zu stehen hat, weiß er auch schon, wo er sich vorher hin zu bewegen hat, einfach, weil er das Spiel halt mit 16 anscheinend schon mal durchgespielt hat. Das geht doch nicht. Das sieht so aus. Plus, wenn das der Fall ist, dann gute Nacht. Plus, das krasse ist halt einfach, dass du das Gefühl hast, wenn der am Ball ist, dass für den das Spiel, und das hast du ganz, 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 ganz selten, das hast du wirklich nur, der letzte, bei dem ich das hatte, im jungen Alter, diesen Vibe ist Messi, wo du denkst, der sieht das Spiel in Slow-Mo, also die Gegenspieler in Slow-Mo, weil der ist so, der trifft immer die Richtige. Da warst du doch selber erst fünf, oder, Benni? Als Messi seine ersten Spiele gemacht hat? Ja, ich übertreibe natürlich. Messi ist sein erst, er ist so alt wie ich, oder? Warst du, also auf jeden Fall warst du ein Teenie, ein Kleiner. Also die ersten Spiele, die ich von Messi gesehen habe, waren, warte, kann ich dir sagen? Das war 2004 oder so. Nee, die ersten, also 2007, glaube ich, war, oder 2006, 2007, waren die ersten Spiele, oder wie alt war Messi da? 2006? Ja, der ist 87er, 87er. Also 19 war der 2006. Ja, so, und der war drei Jahre älter als, äh, als Lamin, und das waren so die ersten Spiele, die ich von Messi gesehen habe, und du hast halt bei dem, also klar, siehst du Fußball, ich war damals, in der Mathe habe ich es heute nicht, äh, neun, und, ähm, trotzdem siehst du ja, dass der, also der ist ja anders. Sorry, dass ich was gesagt habe, aber, ja, Benni mit neun halt schon an der Taktiktafel, an der Digi-Tafel. Ne, das nicht, aber du siehst, also ich, also, dieses Magna-Dudel-Ding, kennst du es? Ja, ich habe den nicht, ich habe den nicht ohne Grund auf dem Unterarm tätowiert, ne, also für das erste Spiele, Magna-Dudel oder wen? Ja, das auch. Äh, ne, also ich, der hat mich einfach begeistert, also ich, ich verstehe, ihr versteht ja, was ich, was ich meine, äh, ich habe den nicht ohne Grund auf dem Unterarm tätowiert, das war so der erste Spieler, wo, wo du das hattest. Das ist übrigens ganz schön geil gerade, ne, mit der neun und Benni, ganz geil was abgedeckt. Sehr gut. Und auch schon mit neun in der Zerbi-Bettwäsche geschlafen. Ne, da war heute, der hat, äh, der hat sich, der hat sich heute bei mir, der Zerbi hat sich bei mir richtig ins Aus. Der Zerbi hat sich bei mir heute richtig ins Aus geschossen. Der Benni, Benni hat im Sandkasten diese ganzen Eimerchen und so von den anderen genommen und hat dann so die Viererkette verschoben. Ja, ja, ist klar. Und dann nochmal einmal durchgerechnet. Ah, ja, gut. Nicht schön, aber. Ne, aber es ist doch wirklich so bei Lamin, du denkst halt einfach, das Spiel bei denen läuft in Zeitlupe, weil die immer alles richtig machen. Und der Zerbi hat bei mir, kann ich euch sagen, der hat bei mir heute verschissen, Roberto de Zerbi. Ich weiß nicht, ob ihr seine Greenwood-Aussage gehört habt, aber die war unter anderem auch. Ich lese gerade hier im Chat. Ja, krass, alter. Also ich kann euch den Wortlaut ganz kurz vorlesen, weil ich, Julian, danke fürs Markieren. Übrigens, das ist ganz kurz, das ist ganz tolles Off-Topic, aber das muss ich einmal gesagt haben. Und das geht gar nicht, ey. Das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Genauso wenig wie ein neunjähriger Benni nicht den Fußball-Sport-Unterrichtslehrer verbessern dürfte. Der Chat ist heute echt sehr gut. Aber so war es, ne? Aber der Zerbi, also da fällt er ja komplett jetzt durch. Also was ist denn da los? Gar nicht, ey. Ich hatte noch was zu... Ja, klar. Ich spreche mal. Tafnis Wecker schreibt gerade, kann doch sein, dass man mit neun Fußball schaut. Ich glaube, ihr wisst nicht, wie Benni Fußball schaut. Das hat nichts mit Fußball schauen zu tun. Sondern es hat Fernseher anmalen. Aber ja, Fußball schauen habe ich ja auch mit neun. Habe ich auch schon früher gemacht. Ich erinnere mich auch gerade an die 92er-EM. Da war ich auch acht. Und da weiß man schon noch was. Und 94, das erste Mal weinen. WM aus, Letchkopf mit dem Kopf. Gegen Eke Hessler. Von dem ja alles gut, Benni. Aber ich muss vorhin nur kurz rechnen, weil ich habe mir ein Messi-Trikot halt 2004 gekauft. Zurecht? Und da war er, jetzt habe ich ja immer noch mit der 19 hinten drauf. Und da war er halt 16. Nee, 17. 17 war er damals, genau. Und ich habe das... Meine erste Entwicklung. Ja, mach mal. Ja, das war schon. Also halt auch Messi-Trikot mit 17, weil ich in dem halt auch was Krasses einfach sah. Nur ich war halt nicht neun, sondern ich war halt 20 in dem Moment. Das ist der Unterschied. Junge, ey. Was ist denn hier mit dem Chat los? Hallo, Versicherung. Hier ist wieder Frau Grund. Unser Sohn hat erneut den Fernseher mit Edding bemalt. Okay, das machen wir als Versichrungsfall durch. Sehr gut. Kann ich mir aber auch vorstellen. Und vielleicht noch mit dem Lippenstift. Mit dem Lippenstift von der Mama noch so. Ja, ist klar, ey. Er hat Rob Chang, das habe ich tatsächlich freiwillig, auf freiwilliger Basis mit 20 die Spieler gescoutet. Ich wollte noch mal, ähm, was ist das Maser-Trikot? Achso, nee. Jetzt noch mal zurück. Slow Motion, äh, Jamal. Habe ich vorhin noch mal kurz in der Zusammenfassung gesehen. Da war ja eine Iron-Robben-Szene, den er eben links einen halben Meter oder so über ein, über ein, äh, über das Kreuz erkaut. Und da siehst du, dass ihm der Ball verspringt. Und obwohl der Ball verspringt, trifft er ihn trotzdem richtig gut. Und das ist dann was, wo ich sage, jetzt wird es gespenstisch. Weil das kannst du ja nicht mit einberechnen. Und trotzdem, dass er den Ball so trifft, dass der nur ganz knapp vorbeigeht. Normalerweise, wenn der Ball verspringt, dann passiert sowas wie Mbappé in der 80. Einmal schön ein Field-Goal. Aber bei Jamal, äh, Jamal, das kriege ich auch nicht mehr hin, glaube ich. Bis er wahrscheinlich irgendwann 35 ist. Das schönste Field-Goal hat Kieran Tripp hier geschossen für mich. Aber, ja. Ich kann mich gar nicht konzentrieren bei der Chat, nur wirklich, also jetzt ist hier, ich hoffe, der macht noch einen Punkt. Müssen wir eigentlich mit AI mal so erstellen, den neunjährigen Benni, der vom Fernseher sitzt. Ja, wenn da irgendjemand, wenn da irgendjemand ein Emote, nicht Emoji, ein Emote basteln möchte, feel free. Ich brauche ein Lamal-Trikot, ja genau. Sehr gut. Ja. Was haben wir denn noch? Ja, ich sage auch gar nichts mehr. Weißt du noch, als Benni im Sportstück, wie Michael Steinbrecher, den ich direkt nicht erklärt. Auch ganz weit vorne, muss man sagen. Muss man fairerweise sagen. Das ist mir ganz gut. Nur Liebe von Elbandi. Vielen Dank fürs Fortlaufende. Danke. Schön, das macht doch Spaß heute. Haben wir schon nach zwölf eigentlich? Jetzt ist es genau null Uhr. Ach was. Er sagt, er sagt, er sagt, er sagt, er sagt, er sagt, er könnte noch mal bitte kurz über die Bielsa ausgehen. Du meinst, äh, der Zerbi? Oder habe ich noch viel mehr verfasst? Der Zerbi habe ich, äh, Bielsa habe ich auch nicht mitbekommen. Warte, das ist eh so schlimm. Ich habe echt bei der Nationalen den Fernseher angemacht. Keine Chance. Ich hätte sogar noch Karten bekommen für heute, aber habe es nicht gepackt. Ich habe es gelesen, das Bielsa-Ding. Ähm, er meinte, dass, wenn wir weiter den Fußball, okay, kriege ich das jetzt noch zusammen. Wenn wir mit dem Fußball weiter so umgehen, dann verlieren wir das tatsächliche Spiel eben. Warum wir alle ins Stadion gehen. Das meinte er, glaube ich, so in der Richtung irgendwie. Im Kontext, ja. Gemünzt auf die Defensive raus, oder warum ging es da? Auf den Kontext auch. Ne, ich glaube, es ging eher, was die Zuschauer und halt der VAR und was weiß ich, alles aus dem Spiel eben machen, dass halt das Spiel an sich, der Spielgeist dadurch halt komplett an... Ich lese gerade, ich höre es gerade mal, ich müsste mich nur... Football has more and more spectators, but it's becoming less and less attractive. We made this game the best game in the world. Keine Baller mehr, ich habe nur noch Systemspieler, okay. Ja, okay. Noch ein bisschen, habe ich doch ein bisschen falsch überflogen. In this process will be finished. Ich muss mir mal kurz anhören. Ja, das ist ich, wahrscheinlich müssen wir, müssen wir das allgemein mal... Das können wir mal, können wir mal drauf... Wir könnten ja drauf reacten, oder? Ist das was Längeres? Ne, das ist ein Zwei-Minuten-Video, aber das machen wir nicht heute. Das machen wir mal in einem Taktik-Schwerpunkt mit Tobi Escher noch und Martin Raffet, wo man, glaube ich, über generell die Entwicklung des Fußballs sprechen. Ja, wir haben ja schon so ähnlich, also das ist ja noch online, ich glaube, da warst du aber auch mit dabei, wenn mich das nicht alles täuscht, mit Ralf Gunnisch auch schon mal drüber gesprochen. Zwar etwas spezifischer auf Eintracht Frankfurt, aber da ging es ja schon auch um genau diese Fragen, ne? Das waren, glaube ich, wir beide, Uli, mit dem Eintracht-Ban noch. War auch cool. Ich glaube, ich denke, Elbanti war damals dabei, weil ich meine, das war der Stream, wo meine Leitung derart lang war, dass ich den Namen nicht geschnallt habe. Von daher haben wir damals schon mal grob drüber gesprochen, wie so eigener Geist versus du kriegst gesagt, was du tust. Und ich meine, fairerweise, den Punkt kann man zum Beispiel machen, wenn du dir die Franzosen als auch die Engländer anschaust. Das sind halt Spieler, die im Verein tip-top performen und die so aussehen, dass da haben sie nichts verstanden. Wenn der Trainer dir nicht den klaren Weg vorgibt, das kann schon sein. Also ich will das nicht ausschließen. Ich glaube, es geht, by the way, Bielsa auch viel darum, dass es einfach, also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dass es viel um Identität geht und dass es viele Spieler gibt, die nur für die Highlights spielen. Und ich glaube, das ist so ein Thema, also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, das nicht stört. Der spricht ja wieder gegen den Systemspieler. Das ist ja dann eigentlich der Baller. Ja, aber wer ist denn? Ist Memphis Depay der Baller? Oder Skian Mbappé der Baller? Depay will schon gern der Baller sein. Deswegen macht er ja immer irgendwelche Flicks, die aber dann halt keinen Outcome haben, sondern nur unansehnlichen Output. Musiala ist der Baller wahrscheinlich. Ja. Aber also, um jetzt der Sache gereicht zu werden, glaube ich, müssen wir das mal gesondert. Weil, also, den Kontext ist, glaube ich, nicht ganz unwichtig, dann zu verstehen, was ist überhaupt die These, um dann auch reagieren zu können. Das, glaube ich, ist... Muss ich da auch drauf konzentrieren und mich mal damit befassen. Also, es ist jetzt voll schwer, in zwei Minuten was dazu zu sagen, weil Bielsa das ja auch immer ein bisschen kontextsam ist. Und dann müssen wir dich leider enttäuschen. Also, nachts einen Watcherlong zu Uruguay, den machen wir erst, wenn wir auch wieder Ferien bekommen. Zu der Zeit habe ich mir mein erstes Messi-Trikot gekauft, ja. Ich bin Messis das erste Mal begegnet beim Fußballmanager seiner Zeit, als er bei Barca B war und einer der wenigen war, der kein echtes Foto hatte oder nicht so einen echten Kopf, glaube ich, war das damals. Und ich dachte mir so, ey, was ist denn das für ein Computername, Messi, hihi, da kam gerade das Wort auf, ne, in Deutschland. Und ich dachte mir so, ja, was ist denn das für ein Scheiß. Und dann dachte ich mir, okay, gut, muss ich jetzt mal drauf achten. Aber es gab es ja, also, das ist die alte Zeit, Flo, wird es noch wissen, Benni wahrscheinlich nicht so sehr. Das war gar nicht so ohne weiteres möglich, dass man sich da den ganzen Käse angucken konnte, ne. Und dann habe ich halt ewig gedürstet, bis der eines Tages mal eingewechselt wird bei Barcelona. Und dann dachte mir, sieht ein bisschen komisch aus, der Kleine da, aber irgendwie hat das drauf. Mit Ronaldinho, ne. Genau, mit Ronaldinho. Das war das erste Spiel, wo dann Ronaldinho eben einen auflegt oder er ihm einen auflegt. Und danach, dass ich, ja, auch, packen wir auch in die Reaction da mit rein, dieses Video. Ähm, aber die wichtige Frage, die sich mir stellt, ist, welchen Manager hast du damals gespielt? Fußballmanager, lass mich tot. Von EA. Weil zu der Zeit gab es auch noch Anstoß, Anstoß 3. Aber da musstest du immer einen Patch drüber laden, damit du dann die echten Namen hattest. Ja, genau, genau. Ne, ne, also das, ähm, Messi war dann bei irgendeiner der letzten Serien da mit dabei. Ähm, der war auch nicht gut, der Manager, das weiß ich noch, den, den habe ich an Weihnachten bekommen und habe ihn erstmal zur Seite gelegt, weil er einfach kacke war. Und danach habe ich mich dann so einigermaßen damit angefreundet, ja. So, wollen wir nochmal ein bisschen über, ähm, das Spiel morgen, kleine Prediction machen für das Spiel morgen, zum Abschluss. Aber, also ich könnte sagen, ich glaube, das wird, ähm, kein schönes Fußballspiel. Jetzt wird es ziemlich sicher nicht. Das wird, ähm, wer wagt sich als erstes raus werden, könnte ich mir denken. Also es wird mir überhaupt, es wird auch da wieder, ich, für morgen sind meine Termine so gelegt, dass wir ungefähr, ähm, um die Zeit loslegen mit der ganzen Nummer, weil ich mir nicht sicher bin, ob das alles binnen 90 Minuten läuft. Und dann wird es mir nicht, wenn England das durchzieht, muss ich fairerweise sagen, aber, ähm, genauso auch andersrum logischerweise möglich. Glaubst du, dass, wenn England im Finale steht, oder wenn England ins Finale kommt gegen Spanien, dass sie chancenlos wären, gegen Spanien? Also chancenlos bist du nie. Nie. Ich glaube ja, auch Niederlande sind schancenlos, das würde ich nicht behaupten, aber ich wiederhole es gerne nochmal, Spanien ist schon sowas, der Favorit, ne, also die, hast du auch gesehen, wie die jubeln nach dem Spiel, denen ist auch klar, wir hatten schwierigere Aufgaben, zwei in Folge, als das, was auch immer da jetzt kommen wird, was wir noch zu tun haben in Berlin. Ich habe nämlich das Gefühl bei England, wir haben ja vorhin schon über Angriffsflächen bei Spanien gesprochen und, ähm, jetzt mal ernsthaft, ich glaube halt, dass England, wenn sie ins Finale kommen, leider ein Team ist, was Spanien nicht so gut liegen könnte, weil es auch ein Team ist, was, bei allem, was wir über England immer meckern, die haben echt eine saubere Boxverteidigung, also die lassen im Sechzehner sehr, sehr wenig zu, ähm, die haben halt einfach nach vorne, ähm, also physische Power haben sie alleine im Zentrum durch, durch Rice, auch durch Bellingham, der eine gewisse physische Power mitbringt mit Harry Kane, mit Abstrichen, weil er halt eben Rückenprobleme so dolle hat, ähm, die können nachlegen an Qualität und ich habe bei England immer so das, das Gefühl, dass bei denen was geht, ähm, wenn die Spieler sich eben dazu, also wenn sie jetzt im Halbfinale und Finale wissen, es reicht jetzt dieses eine Spiel für den ganz großen Litten, du hast erstmal über, was weiß ich, wie, vier Jahre Ruhe, dass die sich zusammenraufen und dass das der unangenehmste Gegner ever für Spanien werden könnte. Ja, das schon, also auch da, das ist so ähnlich, im Grunde genommen ist es das gleiche Spiel nochmal wie heute für Spanien, nur mit einer besseren Mannschaft dann, du musst dir halt wieder was überlegen, wie du dir einigermaßen loggst und du wirst halt alles ausnutzen müssen, was sie dir anbieten. Das wird im Grunde aber genau komplett das gleiche Spiel, ähm, nur, dass ich mir dann wiederum vorstellen könnte, dass die Engländer vielleicht im Konter etwas zielgerichteter sind, weil Saka halt nicht so, also gab ja diese eine Situation, wo Kamavinga, kurz nachdem Kamavinga reinkommt, spielt er so eine Mischung aus Chipball und langer Ball Richtung Mbappé, der nimmt den mit einem Kontakt zauber runter und macht dann so einen No-Look-Pass mit der Seite, Hortl. Also, spiel richtig, das will ich, also das hat Ralf Rangnick mir damals, ähm, mit dem ich, ähm, Leipzig wird das wahrscheinlich gewesen sein, ja, Leipzig gegen, äh, Paris logischerweise gemacht habe in der Champions League, war glaube ich auch Messi sogar noch dabei, wenn mich nicht alles täuscht, ähm, und dann hat der mir nur so nachher gesagt, das sind so die Spieler, die ich nicht mag, weil bevor der mal einen Meter extra läuft, macht er lieber so ein Ding und weiß genau, die Kameras sind auf mir. Und sowas hasst er, weil er sagt, das ist, das ist genau die Form von Charakter, die ich nicht brauche in meinem Team. Ich brauche genau den Typen, der talentiert ist und sagt, okay, egal, egal. Ja, mal. Ja, da, 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 darf ich euch mal eine schnelle Off-Topic-Frage stellen mit, einfach nur mit Ja oder Nein beantworten. Glaubt ihr, Bellingham, Vinicius und Mbappé in einem Team funktioniert? Nur mit Ja oder Nein beantworten. Ja. Ja, glaubst du? Ja. Also, wenn sie wollen, wenn, oder sagen wir, wenn Mbappé wollen. Mbappé, Vinicius und Bellingham in einem Team. Ja. 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 Aber ich habe auch eine Frage. Was passiert denn, wenn England jetzt noch, oder wenn jetzt die, die Panel, die Loser der letzten Jahrzehnte noch zweimal im Elfmeterschießen gewinnen? Wenn Europameister machen, wir dann den Laden hierzu? Ja, dann nehmen wir es ohne den Southgate auch. Oder wir, oder wir löschen YouTube dann oder irgendwas. Ja. Ja, aber fairerweise muss man sagen, das haben wir Abspieleinzug gecallt, ne? Heißt nicht, dass die keine Chance haben. Ja, das stimmt. Sondern es heißt nur einfach, dass es absolut ein Müll ist, aber die sind gut genug. Sie sind ja trotzdem, und da bleibe ich auch dabei, sie sind halt von all dem, was man erwartet hat, sind sie trotzdem die Größte. Also egal, wie weit die kommen in diesem Turnier. Der Fußball war einfach eine pure Enttäuschung für das, was da an Qualität auf dem Platz rumläuft. Es bleibt immer der Vibe, dass die sich ganz schön durchgeschummelt haben in vielen Spielen und auch schon in der Gruppenphase. Und wenn sie am Ende Europameister werden, dann können sie sich ganz hart bei dem Easy-Turnierbaum bedanken, den sie dann im Endeffekt hatten. Und ich glaube auch einfach bedanken für die individuelle Qualität, die sie trotz aller Demokrater haben. Es gibt von Flair, also kann man halten, von was man will. Ich finde ihn ganz unterhaltsam, so ist es nicht. Von Flair die Aussage, dass er sagt, seine Rolex, gibt es auch andere Ruhren, aber bleiben jetzt mal dabei, seine Rolex ist mehr wert als die vom Millionärsohn. Er hat zwar das Gleiche bezahlt wie der, aber er musste deutlich mehr dafür arbeiten, musste mehr überkommen, um da hinzugehen. Und ich glaube, in dem Fall wäre das genau so. Wenn England ins Finale kommt, ist aber nicht das Gleiche wie wenn Spanien ins Finale kommt. Weil nochmal, Albanien, okay. Italien, Kroatien. Georgien, okay. Deutschland, Frankreich. Und England hat halt einfach sich gegen die Slowakei durchgemogelt. Und okay, Niederlande, fair enough, aber... Gegen die Schweiz auch durchgemogelt, ehrlicherweise. Also gegen die Schweiz, gegen die Slowakei. Ja, auch durchgemogelt. Ja, und die Schweiz, mit allem Respekt für die Schweiz, die ein ordentliches Turnier gespielt hat, die Schweizer sind keine Franzosen. Ja. Ja, und in der Gruppenphase auch. Also mehr schlecht als recht da durchgekommen. Und du, wenn das am Ende, am Ende reicht, um dieses Jahr die EM zu gewinnen, dann ist es so. Aber wäre halt bitter für den Fußball. Leer im Rondotalk vor GTA 6. Ist gar nicht mal so weit weg, glaube ich. Er hat nur 0,0 Bock auf Fußball, soweit ich weiß. Basketball wäre der, oder wenn ich den mal zum Boxen, glaube ich, fragen würde, dann wäre er vielleicht sogar dabei. Tja. Vielleicht, vielleicht. Wir sind nicht befreundet oder so, nicht, dass da was Falsches aufkommt. Und ich habe auch nicht die Nummer oder, noch weiß der von, irgendwie von meiner Existenz, aber über Bande, er ist gar nicht mal komplett ausgeschlossen. Ja. Niederlande morgen noch ein, zwei Sätze zu. Könnte aber auch unangenehm werden für England, glaube ich, weil das ist ein Team, das... Vielleicht spielt ja Wout Weghorst mal von Beginn an. Nee. Ja, ich würde es machen. Ich würde Joshua Xerx hier spielen, wenn es irgendwie geht. Das machen sie ja nicht. Weil das macht er auf keinen Fall. Also bevor er Xerx hier bringt, bringt er, also ich wollte ja jetzt schon noch was sagen, was vielleicht realistisch sein könnte für England. Ja, dann wird er, dann Weghorst. Aber nee, ich glaube, er wird Weghorst, also erstens jetzt zu Memphis Depay, nicht auf die Bank. Das ist also, das ist so ein ungeschriebenes Gesetz bei den Niederlanden, dass der morgen wieder starten wird und wieder versuchen wird, eine Ecke direkt reinzuknallen und 40 Übersteiger macht, wovon nichts funktioniert. Und sich John Stones nach dem Spiel denken würde, ja, toll, sah super aus, hat nichts gebracht. Ich glaube aber, dass Coban, und das ist auch fair enough, dass der sich einfach die Power von Weghorst als Einwechselspieler... Also, der hat ja einen krassen Impact als Einwechselspieler. Warum willst du das verbrennen? So, und ich glaube, es wird viel mehr... Also es kann auch morgen so ein Spiel sein, wo England das erste Mal richtig exposed wird, ne? Also es kann wirklich sein, dass die morgen einfach richtig Probleme haben werden mit der Qualität von zum Beispiel Cody Gagpo, wenn der, ähm, wenn der dann wirklich mal aktiv in den 16er eindribbelt. Kai Walker spielt kein gutes Turnier. Nö, aber das sind die Aufgaben, an denen der normalerweise gerne wächst. Scham möglich ist es. Aber ich, also das ist jetzt nicht... Ich würde jetzt nicht vor der Qualität der Niederlande so sehr Angst haben, dass das, also eher über das Ball-Carrying-Mittelfeld, wenn die Abstände wieder größer werden würden bei den Engländern, ne? Dann würde ich da sagen, wenn da einer durchmarschiert, dann kriegen sie ein größeres Problem und dann kann natürlich der Anschluss schon passieren von Gagpo, klar. Oder kann auch im Zweifel derjenige selber sein, der den Ball da durchschleppt. So ist es jetzt auch nicht. Aber das ist jetzt nicht das Erste, an was ich denken würde. Einfach nur eine schöne Frage von Julian. Gebe ich mal an Uli weiter, weil er da... Ich denke mal, durch die Premier-League-Erfahrung am nächsten dran ist oder drin ist. Kommt Gui zurück für Konza nach dem starken Spiel? Ja, gute Frage. So wie es aufgeht, kenne ich ja. Würde ich sagen, ja. Aber hängt wahrscheinlich, genau da schreibt er schon die nächste Frage davon ab, ob Shaw gut genug ist oder nicht. Also ich behaupte mal Folgendes. Wenn Luke Shaw alleine durchs Hinterlaufen, alleine durchs Offensivkräfte ausstrahlen, alleine durch die Hilfe im Aufbau, weil er einfach nicht komplett verschenkt ist und du nicht genau weißt, was er gleich tun wird, wenn der spielen kann, ist England eine ganze Klasse stärker. So blöd das klingt. Wenn die den irgendwie... Also der kann ja nicht gesund sein. Das kann mir ja keiner erzählen. Die müssen dem irgendwas reinballern, damit der da 60, vielleicht 55 Minuten durchspielt. Wahrscheinlich fehlt er dann United wieder die ganze Saison, weil er halt wieder halb tot ist. Aber mit dem sind die einfach eine ganze Klasse stärker und ich würde tippen, dass das auch davon abhängt. Wenn Shaw kommt, dann würde er möglicherweise wieder mit Gay gehen, weil dann alles automatisierter erscheinen würde. Aber ja, Unus. Ja, und stimmt, das ist im linken Fuß natürlich auch so ein Punkt, der einzige Linksfuß im Kader und so weiter. Ja, wir haben ja drüber auch gesprochen. Ich finde es trotzdem... Also, ich meine, es kann sein, dass das im Endeffekt... Es ist ja wurscht, mir interessiert es schon, was ich gesagt habe und ob es mir auf die Füße fällt oder nicht. Aber das war ja mit einer der größten Trickpunkte, die ich hatte an Southgate, dass er Shaw mitnimmt, der wahrscheinlich das erste Mal spielen würde im Halbfinale. Okay, jetzt war es das Viertelfinale für ein paar Minuten. Aber vielleicht ist das am Ende der Masterstroke. Und dann... Ein englisches Königreich fahre einen Linksfuß. Entschuldigung. Dann gebe ich es gerne zu, dass er recht hatte und ich halt nicht. Ja. Ja, also wenn... Auf Trip hier loslassen, ja. Auch fair. Ja, oder generell... Auch das ist nicht... Bei England schleppen sich Spieler über den Platz, ey, die bei... John Stones ist immer... Der sieht immer noch nicht fit aus. Kai Walker spielt kein gutes Turnier. Trip hier spielt positionsfremd. Phil Foden kannst... Das ist auch so verrückt, ne? Dass du Phil Foden eigentlich als Enttäuschung des ganzen Turniers nehmen kannst, die aber trotzdem im Halbfinale stehen. Also da sind so ein paar Storys mit dabei und so ein paar Positionierungen. Weil es immer noch nicht vorbei ist für Foden. Also auch das würde dem ähnlich sehen, wenn er jetzt im Halbfinale einfach einen... Also der Moment, den Jamal heute hatte, problemlos denkbar bei Foden. Schwierig, ey. Ich hoffe, dass England morgen rausfliegt, weil der Fußball einfach komplett bodenlos war. Dann habe ich lieber die Niederlande im Finale. 2-10er Revival. Ja. Ja. Nur, dass Robben jetzt auf der anderen Seite spielt. Das stimmt. Sind wir durch, wa? Hätte ich jetzt mal gesagt. Ja.